Reiten heißt, Sie und Ihr Pferd können in Harmonie und Einheit jedes gewünschte Manöver in perfekter Balance ausführen. So Reiten klappt nur, wenn Pferd und Reiter ein echtes Team bilden, durch pferdeorientiertes Reiten. Erst wenn der Reiter den Takt der Bewegung seines Pferdes fühlen kann, einen guten Sitz und eine sanfte Hand besitzt, wird er diese Perfektion erreichen. Grundlage für all das ist ein breites und fundiertes Wissen über die vielen Facetten des Reitens und viele dieser Grundlagen basieren auf dem Wissen der alten Reitmeister. Mit modernsten Techniken visualisieren wir, wie jeder Reiter dieses Wissen der alten Meister anwenden kann. Mit unseren Videos beantworten wir die wichtigen Fragen rund um die Reit- und Pferdeausbildung. Diese Fragen werden bis ins Detail und mit vielen Beispielen erklärt. Dabei arbeiten wir nur mit anerkannten Fachleuten zusammen, wie Eberhard Weiß, Reitmeister, Buchautor und Experte für pferdeorientiertes Reiten. Wenn ich hier durchfahre, dass der Druck hier unter dem Kissen nach unten zunimmt. Das heißt, hier oben muss die Hand bei Belastung noch leicht reingehen, etwa die ersten vier bis fünf Finger. Und dann erst kann der Druck nach unten zunehmen. Alle Lektionen stehen jederzeit online für Sie zur Verfügung. Egal wo Sie wollen, wann Sie wollen, so oft Sie wollen und mit welchem Gerät Sie wollen. So einfach holen Sie sich das Wissen der alten Reitmeister. Einfach in unserem Shop die Kategorie Theorie und den passenden Kurs anklicken. Hier können Sie dann die Lektionen auswählen, die Sie für Ihr Training brauchen und Ihre persönliche Streaming-Media-Lizenz erwerben. Jetzt haben Sie, egal ob auf dem Smartphone, Tablet oder Desktop-PC, das Wissen der alten Meister für Ihr Training immer mit dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017